Was geht Freunde der Außenwelt? Wir switchen rüber und let's rock! Ich muss ehrlich sagen, Pigment wollte ich schon immer mal spielen. Hab's auf dem DS kurz gespielt, auf dem 3DS. Aber sonst, ich hab noch nicht mal die Switch-Spiel gespielt. Ich hab's auf dem Handy gespielt, dieses Pigment... Weiß nicht mehr, wie es noch heißt. Aber das ist einfach absoluter Müll. Hier was wie Pokémon Go aufgebaut ist, was auch von Niantic kommt. Aber absoluter Müll. Ist absoluter Schrott. Ja, sowas machen Steine im Weltall. Wie heißt die Asteroiden? Genau. Warum ist der Untertitel an? Gibt's überhaupt deutschen Untertiteln? Englisch. Automatisch übersetzen. Ich glaub, das macht bei solchen Videos sowieso keinen Sinn. Ach komm, wir lassen aus. Pigments sind doch keine Karotten, oder? Sollen es Karotten darstellen? Oh, Junge! Na, dass der Pigment noch keine abbekommen hat, wundert mich. Vor allem Speedrun. Den Speedrun hast du schon mal versaut. Oh, Junge schießt einfach Pigment rum, Mann. Oder besser gesagt, die Samenkörner. Junge, jetzt hat er eine ganze Armee. Was geht hier ab, Alter? Warum schmeißt der die denn dauernd rum, Alter? Oh, nein! Oh, 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 da kommt der jetzt super raus. Du machst ein Lokomotivchen. Oh, nein, der PS... Die sind doch so rar, Mann. Oh, 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 oh. Geht's wohl raus. Ach, komm, Alter! Stell dir vor, du musst deine Koordinaten durchgeben. Ich hätte keinen Bock mehr. Ich werde einfach von Marien-Gebra zerfleckt. Ach, Mann! Also ich als Pikmin würde dir nicht mehr helfen wollen. Das ist mir zu lebensgefährlich. Er frisst, er schmeißt alle rein, Alter, oh nein, er ist ganz schön bunt an dem Mund. Ich glaube, er sollte mal zu Yoshi gehen und lernen, wie das funktioniert. Wow, einfach 0, bester Tresor ever. Das ist einfach ein Tape drin. Wie? Das ist auch verrückt, aber geil. Ich hoffe, euch hat das Video so gefallen wie mir. In diesem Sinne verabschiede ich mich und bin damit raus. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.